Es sind doch nur zwei Frauen dabei, wie ich gerade sehe. Das ist ganz schlecht. Wenn Leute leiden, will ich, dass möglichst viele Frauen dabei sind. Drei, zwei, eins. Hammer. Das ist bestimmt super gut jetzt. Es fühlt sich echt an wie 2020. Ja, die gute alte Zeit. Sind wir jetzt schon on? Hallo. Oh, was ist das? Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Ja, das ist die großartige Podcast-Welt, Robin, die du jetzt völlig vergessen hast in deinen fünf Wochen oder vier Wochen in Japanesien. Ich sage dir, ich habe die ganze Welt vergessen. Es ist so hart, wie ich die letzten vier Tage hier irgendwie so halb geistig, also nicht geistig im Sinne von, also nicht geistlich, ich siehste, ich kann nicht mal mehr reden, sondern wie ein Geist hier rumvegetiere. Ich habe ganz komischen Schlaf und wenn ich abends, das hatte ich im ersten Stream ganz hart, wenn ich abends müde werde, dann halt gleich so 100 Prozent, sodass ich mich fast nicht mehr wach halten kann. So richtig hart. Das hatte ich früher nie, dass ich hier irgendwie am PC sitze und im Stuhl einschlafe und so. Das ist echt hart. Ich weiß nicht, ob das immer noch Jetlag ist, weil hinwärts hatte ich das halt gar nicht, aber jetzt rückwärts knechtet es mich ganz schön raus und dann wache ich früh um fünf auf, um sechs, um sieben. Heute war es mal um acht. Der Wahnsinn. Hast du dich nicht auch vorbereitet auf Japan, dass du irgendwie so vorgeschlafen hast oder so? Nö, ich habe durchgemacht. Oder Assorum durchgemacht, genau. Jetzt bist du wieder im deutschen Klima angekommen, hier so stürmt und wütet. Genau das ist meine Befürchtung, dass es halt auch einfach daran liegt, dass ich vom übelsten Hochsommer in den gefühlten Spätherbst hier reingeschlittert bin. Und dieses Muge-Bubu-Licht hier überall und grau und das hat wahrscheinlich auch was mit mir gemacht. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich dann dadurch irgendwie zwölf Stunden im Bett penne. Das war nur die erste Nacht so. Aber ich weiß nicht, es ist alles so. Ich will nicht auf Deutschland schimpfen, aber was ist denn hier los? In Bayern ist irgendwie auch AfD zweitgrößte Macht. Es ist einiges passiert in der Zeit, wo du nicht da warst. Also wir haben auch gemerkt, Herodes und ich, dass jetzt die vier Wochen so ein bisschen so ein Loch waren von so ganz krassen News. Aber die AfD war halt sehr präsent, weil die halt wirklich jede Woche irgendwie neuen Scheiß raushaut und sich wieder neu ins Gespräch bringt. Auch heute wieder, muss man leider sagen. Aber es ist halt so, der Brennpunkt ist leider sehr AfD-lastig. Ist ein bisschen meine Schuld, aber trotzdem sind es auch wichtige Themen und auch sehr lustige Themen teilweise. Ja, die AfD ist die stärkste Macht in Deutschland. Ist ein lustiges Thema für Groß und Klein. Auf jeden Fall, ich habe alle gehört bis auf einen von euren Podcasts. Jedoch habe ich die immer so drei, vier Tage versetzt. Also es hat immer gedauert, bis ich die durch hatte, weil es war so viel, was irgendwie immer anstand und ich so viel gemacht habe. Und abends, wenn ich dann quasi Video geschnitten habe, konnte ich es auch nicht laufen lassen. Das heißt, erst beim Hochladen habe ich es dann laufen lassen, um mich wach zu halten. Und das waren dann halt immer so 20 Minuten. Also hat das drei Tage gedauert, bis ich es durch hatte. Weil nach dem Hochladen habe ich es dann wirklich auch instant gelassen und mich hingelegt und gepennt so. Hätten wir das gewusst, hätten wir dich wach gehalten. Da hätten wir noch irgendwelche Trompeten abgespielt und so. Robin, wach bleiben, es rendert noch. Ja, es hat leider nicht so oft funktioniert. Es war echt oft so, dass ich auf Rändern drücke und dann dauert das halt seine 20 Minuten. Und in dieser Zeit bin ich so oft eingeschlafen und dann irgendwie früh um vier aufgewacht oder so, weil ich so übermüdet war. Aber es hat sich gelohnt und es war geil. Ich habe es ja gerne gemacht. Ich will jetzt nicht rumheulen, aber es war schon Training. Ich habe keine Nacht in diesen, vielleicht ist das jetzt auch der Grund, warum ich so hart durchhänge. Aber in diesen 30 Tagen habe ich keine Nacht über sieben Stunden geschlafen. Und es waren eher so sechs oder fünf. Ist auch nicht gesund auf der Dauer. Ich glaube, man muss so acht Stunden schon schlafen, um einigermaßen fit zu sein. Ich denke mal schon, dass es unabhängig, nee, warte, abhängig von der jeweiligen Person ist. Aber für mich sind acht Stunden schon eigentlich immer der Standard gewesen. Und ja, es kam mir nicht als Defizit vor, weil halt auch immer dieses Excitement da war. Geil, neuer Tag, neue Entdeckungen, neues Japan, geil, geil. Und neue Fußschmerzen. Und hier stehst du halt auf und denkst, oh, überall dieselben Dreckslarven, Alter, ich kenne es doch. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber dass es mich hier so raushaut, das hätte ich nicht gedacht. Also für mich war deine D-Mark-Serie auf jeden Fall jeden Morgen so mein Frühstücksprogramm. Ich bin wach geworden, habe mir Brötchen geschmiert, O-Saft eingeschenkt, Tee gemacht. Und habe erst mal eine Viertelstunde Robin geguckt, wie er da in Japan mit Marlin rumhängt. Das war so ein kleines Ritual. Ich brauche jetzt ein neues Robin. Kannst du nicht einfach weitermachen und jeden Tag Videos aufnehmen? Ja, ich habe mir überlegt, sieben Tage Dresden jetzt als nächstes mal anzugehen. Aber vielleicht willst du da ja einfach mitmachen. In Dresden in der Gosse leben, da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Ich schon, leider. Naja. Da habe ich auch drüber nachgedacht, so irgendwie, ja, würde ich sowas auch mal machen, irgendwie würde ich da mitfahren. Robin jetzt sozusagen macht jetzt irgendwie Seven vs. Dresden und so. Aber ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht, liebe Leute. Tut mir leid, ich bin eher so ein Beobachter von außen und mache mich drüber lustig und so. Aber ich bin zu verweichlicht. Ich brauche mein Bett, ich brauche meinen morgendlichen Tee und so. Ja, du bist diese schändliche Generation Hafermilch, die frei zitiert Markus Lanz hier so rumzieht und schabernackt treibt und sich nur beschwert. Die Generation, die nicht kleine Kühe ausmerzen will und ausnutzen will und foltern will, um halt an diese Muttermilch zu kommen. Wir sind ganz, ganz schlimm. Ja, schön, dass ihr die Fahne hochgehalten habt, auch wenn ihr, ihr habt das Ding ja umbenannt, ja, in dieser Zwischenzeit. Und Herodes mit seinen, ich nenne es ganz vorsichtig mal, Shitposts als Bildern, das war natürlich auch ein ganz besonderer Stil. Hat er sehr gut gemacht. Auch die Intros immer neu eingespielt quasi oder eingesogen, das war schon was eigenes. Aber jetzt geht es zurück zum Brennpunkt und die, die es nicht mitbekommen haben, Robin und ich sehen uns gerade nicht live. Wir hören uns nur live, denn wir hatten zu einer Person, beide unabhängig voneinander, Kontakt, die dann Corona hatte. Und wir haben uns erstmal, also ich habe mich zumindest isoliert, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich habe mich seitdem ein bisschen isoliert und habe jetzt quasi den letzten Tag heute angesetzt, heute nochmal durchziehen und alleine bleiben mit Miu zu Hause. Wenn es aber heute immer noch negativ bleibt und so wir gesund sind, gehen wir auch morgen wieder raus. Wow, ja, ich habe mich unweigerlich isoliert, weil ich halt diesen Durchhänger habe, wobei ich ja auch schon zweimal skaten war, aber das ist ja jetzt nicht so, dass ich da die Leute irgendwie alle abküsse und so. Ich war auch reinkaufen zwischendurch und so. Sag mal! Aber ja, also man muss dazu sagen, wir hatten ja, also ich saß mit ihm im Raum stundenlang und irgendwie am nächsten Morgen hieß es dann, ja, ich fühle mich todkrank und so, Corona ist am Start. Er hat ja bei uns gepennt in der Zeit und ist dann quasi, war auch ein bisschen kränklich und so und dann hat er gefragt, ob wir noch einen Corona-Test haben, da habe ich gesagt, klar, so zwei haben wir noch und die waren jetzt nicht mehr ganz, also sie sind knapp abgelaufen, so einen Monat oder so, aber trotzdem sind die ja noch einigermaßen gültig und das waren relativ klar zwei Striche und so. Wir haben halt, weiß ich nicht, zusammen auch gequatscht abends, haben Tee getrunken oder haben gefrühstückt zusammen und so. Deswegen wäre es schon possible gewesen, sich anzustecken und wir hatten auch so ein bisschen Krankheitssymptome nach ein paar Tagen, aber auch schon parallel, als die Person noch da war, aber irgendwie trotzdem sind wir ja noch negativ und fühlen uns jetzt nicht doll krank, also nicht mehr als sonst. Ja, ich finde das übrigens schön, dass ich im Stream komplett offen darüber geredet habe und wir jetzt von dieser Person reden, dann lassen wir das doch in diesem dubiosen Nebel verschwinden und sagen, wie du richtig erwähnt hast, der Brennpunkt Internet ist zurück, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Toni Mahoney und... Äh... Robbie Maloney. Genau, so nennen wir uns, so findet ihr uns auch auf Instagram nicht, aber alle Links sind ja wie immer in der Beschreibung auch für unsere tolle Playlist, die wir am Ende wieder füttern. Nice. Und, ähm, wir bedanken uns für eure wiederkehrende oder immer noch Treue hier für den Podcast. Schön, dass hier vertreten wurde, als ich nicht da war. Jetzt geht's aber wieder los mit dem Ernst des Lebens. Ja, jetzt kommen wieder die Larifari-Internet-Themen. Geil. Ja, zum Teil zumindest, zum Teil. Du hast ja gerade im Vorgespräch, ähm, Posh Spice angesprochen. Ja, gut. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, ob das, ob das die Posh Spice war. Ich wollte es ganz kurz nachgucken. Ja, es war, während Tino im Vorgespräch gesagt hat, ich muss dringend noch mal ein Absehchen, da habe ich mir noch ein Video angeschaut und das war ein diesmal wieder viral gegangener Clip von einer Dokumentation auf Netflix über David Beckham. Und da gibt es einen Ausschnitt von, wie quasi seine Frau, wo ich mir nicht sicher war, aber ich wusste, das ist ja so eine Spicy Girl, ähm, gefragt wird, wie sie denn von der Schule abgeholt wurde, weil sie gesagt hat, äh, sie, sie kam aus ärmlichen Verhältnissen und sie sagt so, ja, ich, mein Vater hat mich mit dem Auto abgeholt und David Beckham im Hintergrund sagt so, ey, jetzt sag doch mal, was das für ein Auto war. Und sie so, ja, äh, it depends. Äh, nee, jetzt sag doch mal, was das für ein Auto war. Ja, das ist eine lange, lange Antwort. Nee, das ist eine ganz einfache Frage. Was war denn das für ein Auto? Und nach fünfmal Nachfragen sagt sie dann, dass ihr Vater sie mit dem Rolls-Royce aus der Schule abgeholt hat. Ja, Arbeiterklasse. Ich weiß nicht genau, warum er seine Frau da so vorführt, aber es ist großartig. Und zu Recht viral gegangen. Das finde ich auch ein bisschen frech, ne? Also ich finde das krass, da muss ja irgendwas vorher gelaufen sein, dass ich David Beckham gesagt haben muss, ey, jetzt werde ich sie richtig bloßstellen im nächsten Tag, weil sie mich jetzt so verarscht hat oder so. Ja. Das scheint irgendwas abgelaufen zu sein. Und Victoria Beckham war Posh Spice. Okay. Sie war von, sie war bis 2008, also es gab die Spice Girls von 1994 bis 2001, dann von 2007 bis 2008 nochmal kurz. Und da hat sie mitgemacht und war Posh Spice neben Melanie C, die kennen wir ja, ne? Spotty Spice, Gary. Klar, kennen wir alle. Gary Halliwell, Ginger Spice, die rothaarige. Emma Bunton war Baby Spice und Mel B, die unheimliche Spice. War das eine Big Band, Alter? Wie viele sind das denn? Ich dachte, das sind drei. Das waren fünf Frauen. Sag mal. Viel zu viele für meinen Geschmack. Und die haben diesen großartigen Hit Wannabe gehabt. Sie hatten jetzt nicht so viele. Ja, den kenn ich. Die hatten drei Alben gemacht, die alle sehr erfolgreich waren, haben sich halt danach getrennt. Und Wannabe kennen eben alle Menschen, ne? Und wer noch großen Erfolg hatte, war halt Melanie C. Die hat noch als Solo-Singerin einige Songs veröffentlicht. Zum Beispiel dieses, ähm, oh Gott, wie heißt das denn nochmal? Das ist das, was die Schwarzen ganz viel in ihrer Haut haben, ne? Ah. Was? Melanie C? Fuck, warte mal. Ich glaube, ich verwechsel das auch gerade, oder? Ich glaube auch. Was ist ein Melanin? Doch. Ah, ich habe einen guten Gag gemacht, weißt du? Toll. Und jetzt hast du mich zweifeln lassen. Jetzt musste ich es googeln. Was war es denn für ein Wort? Na, Melanin ist das Hautpigment, welches für die Färbung der Haut und der Arten verantwortlich ist. Okay, okay, das wusste ich nicht. Tut mir leid, da bin ich zu ungebildet. Ich habe die Joologie abgewählt. Genau, First Day of My Life und I Turned to You. Das waren so zwei große Hits von Melanie C. Eine großartige Stimme. Und ich glaube, dieser Song, First Day of My Life, war sogar das Intro einer Alte-Oma-Serie. Ja, ja, ja. Cool, Tito. Schön, dass du die Spice Girls hier nochmal rausholst und zurück in die Relevanz schleifst. Wer aus der Relevanz gerade rausrutscht, ist ein Podcast. Vielleicht wollen wir da reingrätschen. Ein Lied für dich, ein Die Ärzte-Podcast. Die besprechen alle Lieder einzeln. Die haben jetzt nach 226 Folgen, ich glaube, das ist so ungefähr zwei Drittel, haben die eine Auszeit bis auf unbestimmte Zeit angedacht. Und vielleicht wollen wir da jetzt einfach reingrätschen und denen das wegnehmen. Ein Ärzte-Podcast? Ja. Ach ja, warum nicht? Das würde ich voll gerne machen. Das Letzte, was sie hochgeladen haben, ist Menschen. Und auch sie sind zu dem Urteil gekommen, dass es einfach ein Scheißlied ist. Ich habe den Podcast auch mal gehört, aber nur so ausgewählte Ausgaben. Ich glaube, von meiner explodierten Freundin oder sowas. Also drei, vier Ausgaben habe ich gehört. Und die fand ich jetzt nicht so großartig. Also ich habe jetzt nicht so genossen zu hören. Ja, es sind nicht die besten Rhetoriker, aber mit Musik kennen sie sich ein bisschen aus. Und Grüße gehen raus. Jetzt hört doch mal auf, hier unsere Podcast-Kollegen schlecht zu machen, weißt du. Nee, mache ich nicht. Tut mir leid. Aber ja, wir können gerne einsteigen, machen einen eigenen Ärzte-Podcast. Und wo wir dann auch quasi jeden Song durchgehen. Und machen quasi pro Song eine Ausgabe. Ja, das ist sehr ambitioniert. Das haben die wahrscheinlich jetzt auch gemerkt. Weiß ich nicht. Aber vielleicht machen wir stattdessen einen Israel-Podcast. Denn da ist auf jeden Fall noch nicht genug zugesagt worden. Und da ist überraschenderweise diese Woche mal was passiert. Stell dir vor. Ja, da sind Bomben explodiert. Das ist ja auch was Seltenes. So ein Konflikt zwischen Israel und Palästinern, das ist auf jeden Fall eine Nachricht wert. Das Internet steht Kopf und in Flammen. Denn Dinge passierten, Tino. Aber sag du, ich halte mich komplett raus, weil man kann ja nur Falsches sagen. Ja, danke. Ich habe es auch noch kurz vor der Ausgabe gerade auf YouTube gesehen, in der Tagesschau, dass es wohl irgendwie 22 Tote gab. 22 Tote gab in Israel durch einen Hamas-Angriff. Aber was heißt genau, war weiß ich nicht. Ja, mehrfach. Also koordinierte Riesenangriffe. Mit Raketenwerfern rennen die da rum. Es gibt tausende Videos jetzt im Netz, wo irgendwelche Schandtaten gefilmt wurden und irgendwelche Verletzten und bla und alles. Die ganze Zeit wird es begleitet von Allahu Akbar rufen. Und ich fange langsam an zu glauben, dass Gott doch gar nicht so groß ist, Tino. Wenn man diese Videos so sieht, ich weiß nicht. Also maximal 1,50. Ja, ich denke auch. Also bei Tinder würde der auf jeden Fall nicht geswipet werden, der Typ. Ich lese auch gerade, dass die Lufthansa die Flüge reduziert nach Israel aufgrund der Vorfälle. Na, dann ist ja ein klares Zeichen gesetzt. Das sind diese Sanktionen, die wir auch gegen Russland verübt haben. Also ich kann zu dem Thema nicht viel sagen, weil ich mich damit nicht auskenne und weil ich eben auch nicht irgendwie in eine Ecke gedrückt werden will, die mir nicht gefällt. Ja, mir ist das zum Glück egal. Ich finde es halt immer scheiße, wenn irgendwie Krieg ist. Aber auch da weiß ich halt nicht. Das sind die Hot Takes. Ich kenne eben die Ursprünge nicht so ganz genau. Und ich weiß halt nicht so richtig, wer im Recht sein soll und wer nicht. Wahrscheinlich ist das schon irgendwie jetzt problematisch, das so zu sagen. Aber ich kenne mich da einfach zu wenig aus, liebe Leute. Ich bin weder antisemitisch noch irgendwas anderes. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was da so vor sich geht. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wer gut, wer böse ist und so. Na, da kriegt man jetzt wieder so lange Presskommentare. Lasst stecken, Leute. Also, es ist ja ganz einfach. Auf der einen Seite, die Hamas-Angriffe sind klar terroristisch. Und da werden auch teilweise gezielt Zivilisten gezielt angegriffen, was auch immer. Und das ist natürlich immer scheiße. Und auf der anderen Seite sagen die Palästiner natürlich, hey, ihr habt mir mein Land weggenommen. Ihr habt meine Eltern getötet. Und wenn ich mich jetzt hier wehre, bin ich der Terrorist oder was. Und das macht diese Situation natürlich ein bisschen tricky. Des Weiteren wird natürlich jetzt wieder in alle Richtungen geschossen, weil die Bundesregierung auch Millionen, Abermillionen da reingesteckt hat. Und ja, also es ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Nur nicht, wenn die Familie zufällig gerade in Israel wohnt. Ja, es ist schwierig. Es ist ja eh gerade so, dass die Regierung in Israel oft kritisiert wird für ihren sehr radikalen Kurs, den nationalistischen Kurs, wo die einem wieder sagen, das müssen sie auch machen, um irgendwie ihren Schutzraum beizubehalten. Aber trotzdem finde ich ja manche Sachen nicht so in Ordnung. Das wird man ja wohl auch sagen dürfen. Ja, ihr wisst ja auch, dass wir hier, also Triggerwarnung übrigens und dass wir hier einen gepflegten Zynismus auch pflegen. Also ich habe heute das mit der Wortdopplung richtig raus. Sehr gut. Wie dem auch sei. Und alles, was ich sehe, wenn ich diese Videos mir angucke, ist, holy shit, bei GTA sind diese Raketenwerfer echt teuer. Wo kriegen die die her? Die laufen ja wirklich in den Straßen rum und haben alle so ganz, ganz leger, so nonchalant, einfach mal einen Raketenwerfer auf den Schultern. Das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie die Walter, die du da mal eben unter den Küchentisch hervorholst. Weil die waren vielleicht in den USA im Urlaub oder so. Möglich. Die haben mal ein Austauschjahr gemacht an der Schule in den USA und haben das da als Mitbringsel, kleines Andenken. Na klar, so Strandurlaub irgendwie in Florida oder so und dann gab es eben noch Raketenwerfer auf den Liegestühlen, so als kleines Touri-Surprisel, keine Ahnung, das kann schon sein. Was man an dieser Stelle, glaube ich, wieder sagen kann, Leute umbringen ist nicht gut, ihr kennt uns hier für die Hot Takes, bitte unterlasst das. Ich bin dafür, dass ihr euch jetzt mal die Hand gebt und dann wird erstmal ein Stuhlkreis gemacht und dann wird das mal ausdiskutiert. Und dann kommen wir bestimmt zu einer gemeinsamen Lösung. Ihre Angela Merkel. Ja, es gibt ja auch ganz viele Lösungsansätze. Es gibt ja immer so diese zwei Staatenlösungen und so weiter. Aber irgendwie ist es von beiden Seiten immer so ein Rumgeeiere und so, dass man sich nicht einig wird und so weiter. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Ich habe eine Idee, wir haben doch mittlerweile so viel Müll im Ozean, dass wir da so eine Müllinsel haben. Ich würde sagen, Palästiner und Israelis, die machen Schere, Stein, Papier und der Verlierer kriegt diese Müllinsel aber komplett für sich und der Gewinner darf den Rest behalten. Ja, da wird es auch wahrscheinlich wegen des Mülls dann wieder Probleme geben. Ich weiß nicht, es ist alles sehr schwierig. Und die kriegen einfach Bayern. Da bin ich völlig zufrieden mit. Gut, komm, so ist es gelöst hier. Wir können ja mal offiziell jetzt diese Lösung schicken. Nehmt einfach Bayern für euch, teilt es unter euch auf, habt ihr wieder ein bisschen Land. Wir helfen auch dabei, das abzutransportieren und da ist alles gut. Perfekt. Wir brauchen Bayern nicht. Ja, ich habe ganz bewusst die Frau Angela Merkel hier reingesneakt in meine Ansparre, denn die ist aus der Versenkung wieder hervorgekrochen. Das sage ich jetzt irgendwie, das klingt negativer, als ich es meine. Da befeuere ich jetzt die großen Merkel-Mülls weg, Leute. Heute aber ist sie ja oder war sie zumindest, denn sie hat sich wieder in ein Interview reingedrückt. Und ich weiß nicht, das Interview an sich, das hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als müsste man dafür jetzt irgendwie wieder die alte Kanzlerskluft ausgraben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe nur den Anfang geschaut. Ich habe es noch nicht geschafft, es mir anzugucken, aber ich wollte es mir unbedingt angucken, weil ich es immer spannend finde, wie sie so die Welt gesehen hat. Ich war nicht immer an der Meinung mit ihr. Mit ihren Augen. Ja, genau. Aber prinzipiell ist es ein bisschen so, dass ich, wenn sie ein Buch rausbringt, so eine Autobiografie, werde ich die auf jeden Fall lesen, weil wir wissen, was sie so heimlich denkt über Obama, über Putin und Trump und so. Und sie soll ja auch privat irgendwie eine sehr humoristische Frau sein. Ich weiß nicht, wie heimlich das ist, wenn die das in ein Buch reinschreibt, aber ja. Oder was sie heimlich dachte, was sie vielleicht zu ihrer Amtszeit nicht aussprechen konnte, dass sie halt irgendwie Trump richtig scheiße fand und so. Also sie war ja immer sehr diplomatisch, was ja auch gut ist letztendlich, aber hat trotzdem manchmal in so Augenblicken gezeigt, was sie von Trump hält. Aber ich glaube, sie kann richtig auspacken. Meinst du, die würde in so ein Buch so spicy Sachen reinschreiben? Ja, das ist halt wie das Tagebuch der Anne Frank, wo dann eigentlich ganz viel drinsteht, wie ihre Sexualität erkundigt? Die Eiler-Vergleich hinkt ein bisschen, aber prinzipiell ja. Okay. Naja, ich habe das gesehen, das Interview. Alle, es klingelt schon zum dritten Mal bei uns heute. Bitte? Bei uns klingelt es schon zum dritten Mal heute. Heute haben wir schon dritten Mal Pakete, aber auch von NachbarInnen und so nehmen wir Pakete an, schon zum zweiten Mal. Also heute ist hier bei uns Sturm klingeln von Amazon, von DHL. Schwierig. Ja, Sturm klingeln ist auch draußen am Himmel, aber kommen wir zurück zu Merkel, denn ich habe das Interview gesehen und ich kann mir nicht ganz erklären, wozu sie da jetzt sich extra auf diesen Stuhl gesetzt hat. Also der Tenor war auf jeden Fall, dass sie kein Verständnis hat für Leute im Osten, die die AfD wählen. Und das ist auch schon wieder unglücklich formuliert, wenn du mich fragst. Wieso? Also wegen des Ostens? Auch, aber insgesamt, also das Nachvollziehen oder Nachempfinden, also zumindest, Tito, jetzt mal ehrlich, es verstehen, warum Leute sagen, ich bin unzufrieden und da bietet sich eine Partei an, wie die auch nun mal ist. Ja, aber die den Eindruck einer guten Protestpartei macht. Also das zu verstehen, das ist ja jetzt wirklich keine große Rechenleistung. Naja, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man sich dann nicht näher auseinandersetzt mit dem, was man da eigentlich wählt. Naja, aber das kannst du, Tino, jetzt stell dich doch nicht, also, dass du das für dich nicht so siehst, dass du das nicht so machen würdest, ist das eine. Aber wenn du mal den Durchschnittswähler dir anguckst, der nie irgendwie, auch wenn der nicht AfD wählt, wählt der halt ohne irgendein Wahlprogramm zu lesen. Das ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen, also sich vorzustellen, dass Oma Gerda sich nur sagt, ach, da steht Alternative im Namen, dann versuche ich es doch mal. Aber auch der letzte Dorf, Ronny, die letzte Oma Gerda aus Dresden, muss auch inzwischen mal verstanden haben, dass es große Kritik an dieser AfD gibt. Als die AfD sich gegründet hat, so in den ersten Jahren und so, dass es dann nicht ganz klar war, in welche Richtung das geht und so, ist geschenkt. Aber ich meine, es ist jetzt auch schon fast zehn Jahre alt, die AfD. Und man hat auch jetzt schon so oft in allen Medien gehört, dass sie rechtsextreme Tendenzen haben und so weiter, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und inzwischen müssen auch Menschen mal gerafft haben, dass man sich mal informieren sollte, was ist denn da eigentlich dran an diesen ganzen Vorwürfen. Dass man mindestens mal das Programm durchliest, das ist schon die Verantwortung der Leute, die da spielen gehen. Ja, aber ich glaube, selbst dann, also das Programm zu lesen, würde wahrscheinlich ergeben, okay, mir als kleinem Bobbeles hier, als der kleine Mann, wird da nicht wirklich geholfen. Aber im Programm ist jetzt nicht ersichtlich, dass das irgendwie rechtsextreme sind. Kommt drauf an, es ist ein bisschen verschleiert, ne, mal dieses irgendwie Adoptionsverbot für gleichgeschlechtliche Partner oder das Asylrecht. Das ist ja jetzt erstmal per Definition nicht unbedingt rechtsextrem, wenn man das sagt. Nee, aber es ist ja schon interessant, dass sie selber eine Frau an der Spitze haben, die halt kinderadoptiert, die lesbisch ist, mit ihrer Ehefrau da. Und aber gleichzeitig fordern sie wirklich im Wahlprogramm, dass man das Adoptionsrecht verbieten, also einschrecken will für Menschen, die gleichgeschlechtlich sind, beziehungsweise es verbieten will. Also nicht, dass es jetzt wieder wirkt, als würde ich da irgendwie jemanden in Schutz nehmen. Ich habe nur das Gefühl, also was ist denn das Ziel von der Merkel, sich da in dieses Interview zu setzen? Und ich glaube, dass das eher geschadet hat, weil die Leute sich das angucken und sich denken, ah, okay, das ist genau das, was ich nicht vermisse gerade. Ja, aber sagt es nicht am Anfang, es ist nicht so eine Frage von dem Interviewer, warum machen sie ausgerechnet jetzt ein Interview? Ich habe aber die Antwort vergessen von ihr. Ja, war wahrscheinlich Geschwaller. Er hat sich bei mir auch nicht eingebrannt, tut mir leid. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich es gesehen habe. Ja, ich habe es mir noch nicht angesehen, wie gesagt, nur ganz kurz und es war auch nur so nebenbei. Ich habe es mir aber gespeichert für später angucken. Deswegen kann ich jetzt doch kein richtiges Urteil mir leisten, was sie da jetzt gesagt haben könnte und warum. Aber wird es schon einen Grund haben, weswegen sie sich jetzt hinsetzt. Ja. Auch wenn es vielleicht, doch, ich glaube schon, ich dachte doch auch so ein bisschen, dass es diese Vermutung gibt, dass sie hier aufgrund von März sich jetzt vor die Fernsehkameras gesetzt hat, weil der jetzt doch sehr nach rechts abgetrifftet ist so und ihren Kurs halt völlig mit dem Arsch eingerissen hat, dass sie jetzt deutlich machen will, das ist nicht mehr die CDU, die sie halt geführt hat. Ich bin froh, wenn wieder März ist, Alter, dieser Dreckswinter vorbei. Na gut, ja, müssen wir noch durch jetzt. Hoffentlich Deutschland nicht. Aber ja, wie dem auch sei, ich wollte es jetzt auch nicht allzu lang machen, nur ich habe eine Merkel jetzt auch nicht unbedingt vermisst. Und, ähm, schön. Aber schick dir jetzt mal über Discord einen Link. Du schickst mir einen Link. Über Discord jetzt, genau. Und zwar zu wunderweib.de. Angela Merkel wirft sie ihren Mann jetzt raus, Fragezeichen. Was ist das denn für eine Drecksseite, Alter? Ja, aber was die für ein Bild genommen haben von der? Ja. Gute das doch mal an, das ist also richtig entstellend. Ich finde es immer ganz spannend, was die Medien so für eine Bilderauswahl haben, wenn sie über Leute berichten. Und da gibt es immer so dieses Vorurteil und diesen Vorwurf von AfD-Leuten, dass, wenn sie Weide, Chrupalla und so ablichten oder Höcke, dass sie mal ganz furchtbare Fotos nehmen würden von denen. Das sehe ich ja vom Wunder-Vibe, was sie von Merkel für ein Bild genommen haben, wo sie richtig schief guckt, so richtig angeekelt. So hätte sie gerade den Scheiße reingetreten. Ein normales Gesicht, Tino, hör auf, das zu mobben. Nee, nicht ganz. Naja. Das finde ich schon spannend. Unterm Strich kann man sagen, Merkel wäre bestimmt eine ganz nette Oma, so. Oder ist es? Keine Ahnung. Hat überhaupt Kinder. Ist mir auch egal. Aber an der Spitze von Deutschland finde ich okay, dass sie da nicht mehr rumfuhrwerkt. Da rumfuhrwerken mittlerweile andere Leute. Es gab Schlimmere als Merkel. Aber ich habe auch viele Punkte kritisch gesehen, gerade so diese Russland-Nähe mit Putin und so weiter. Und dass sie sehr viel auf der Bremse stand, was Fortschritt angeht. Aber letztendlich war das ja auch das, was ihre Wählerinnen und Wähler wollten. Ich meine, die CDU war ja auch eine konservative Partei. Oder ist vielleicht auch noch eine. Und da hat sie halt bewusst auch manche Sachen einfach verlangsamen, Prozesse verlangsamen. Weil konservativ heißt ja auch irgendwie, Dinge bleiben, wie sie sind, nicht viel verändern und so weiter. Und das hat sie auch geschafft. Außer eben, was ihr sehr viele positiv angreifen, ist ja, dass sie die Ehe für alle ermöglicht hat. Auch wenn sie dagegen gestimmt hatte. Aber sie hat ja letztendlich diese Abstimmung ins Rollen gebracht. Das kann man ihr jetzt so gut erhalten. Tino, du bist so ein Merkel-Fanboy, dass du meine glorreichen Überleitungen hier sabotierst. Das ist wirklich skandalös. Das macht die Latenz, glaube ich, einfach. Ja, ich freue mich, wenn wir wieder nebeneinander sitzen. Dieses Discord ineinander gelabert. Also wir reden gar nicht so viel ineinander. Aber wenn wir das dann perfekt übereinander legen, diese beiden Tonspuren, wird sich das unweigerlich ergeben. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die geneigten Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das ist der Wahnsinn, dass ihr trotzdem durchhaltet. Ich wollte sagen, dass internationale unter, und siehst du, jetzt habe ich es verkackt, internationale Medien unter skandalösem Aufschrei darüber berichten, dass Deutschland die Braunkohle wieder anschmeißt diesen Winter. Beziehungsweise die Frage ist ja, ob sie überhaupt benötigt wird, aber angeschmissen wird auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall zukunftsweisend. Vielleicht können diese Putins und Ukraines sich auch mal zusammen mit den Israelis an einen Tisch setzen. Wie wäre es? Was meinst du gerade, dass die internationalen Medien darüber berichten, dass wir Braunkohle wieder aktivieren? Ja. Was finden die schlecht? Das ist nicht gut. Das finde ich interessant, weil ich ständig bei so, ich bin ja auch noch der alte Facebook-Hase, ich hatte ja noch die Fahnen hoch für Zuckerberg, dass dann diese ganzen Grünen-Kritiker und so weiter immer behaupten würden, dass das Ausland ja über Deutschland lachen würde aufgrund der grünen Energie-Fortschritte, die wir hier machen. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass die uns eher auslachen, weil wir noch auf Braunkohle setzen. Ja, das ist ja jetzt durch den Krieg ein bisschen eine schwierige Situation. Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Man opfert entweder die Zukunft oder man opfert das aktuelle, das Volk will ich nicht sagen, aber die Economy, was könnte man sagen, also den aktuellen Alles halt. Wie sagt man, den Überbegriff darüber, denkt euch einen aus. Und dann, dass die Leute in der Kälte sitzen und hungern und so weiter. Und natürlich entscheidet sich ein jeder Politiker dann für das Akutere, weil man möchte ja die nächste Wahlperiode für sich bestimmen. Und das ist dann halt dumm. Aber vielleicht brauchen wir die Braunkohle ja auch gar nicht. Das denke ich eben auch, dass wir die nicht brauchen. Also ich meine, dass wir das anschmeißen und dann zeigt sich, ah okay, die Not ist nicht da, weil der Klimawandel ist schon so schlimm. Wir haben wieder 20 Grad im Winter, alles gut. Es ist ja Realität, dass die ganzen Energiekosten steigen, dass Wattenfall jetzt auch nachgeben muss und die Energiekosten anhebt und so. Es ist ja schon die Realität, das kann man ja jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren, dass die Leute mehr Geld ausgeben müssen für Energie, für Inflation und so weiter. Also es ist schon alles ziemlich blöd. Aber ich glaube trotzdem, dass es notwendige Maßnahmen sind, die wir gerade greifen. Gerade aufgrund vom Krieg, sodass man Putin isoliert. Es ist wichtig, dass man das macht und auch für den Klimaschutz und so weiter. Aber es ist halt das Große und Ganze, was man betrachten muss. Aber trotzdem sind da die kleinen Sorgen real, die großen kleinen Sorgen der Leute real, dass sie Angst haben, ihre Wohnung zu heizen. Leute, ich weiß, das ist schon wieder sehr politiklastig, aber wir kommen da auch ein bisschen von weg und es wird wieder weniger. Ich habe noch ein paar andere Sachen im Gepäck. Ich auch. Aber ich muss dennoch diese Gunst der Stunde nutzen und überleiten. Wer Putin nämlich nicht isolieren möchte, sind die Waldorfschulen in Erfurt und Weimar. Ja, stimmt. Ich habe auch gelesen, dass sie einen Klassenausflug gemacht haben. Aber nicht offiziell über die Schule, glaube ich, sondern einfach, es haben, glaube ich, die Eltern organisiert. Die viel diskutierten Konflikte liegen in der globalen Politik, aber auf keinen Fall in den einzelnen Menschen. Genau, die Menschen sind, also die Eltern haben von diesen Waldorfschulen Weimar und Erfurt eine Klassenfahrt organisiert nach Moskau, also nach Russland jedenfalls, ich glaube auch, es war Moskau, mit der Begründung, dass ja die Völkerverständigung nicht aufhören soll, dass ja nicht die russischen Menschen das Problem sind, sondern halt die Regierung und deswegen kann man ruhig die Menschen Russland besuchen. Das fand ich jetzt schon irgendwie eine sehr spannende Ausrede, aber es macht diese Aktion nicht viel besser. Haben auch den Kreml besucht. Er beherbergte auch den Senatspalast des Präsidenten und Kriegsverbrechers Wladimir Putin, so schreibt es ein Oliver Rautenberg hier auf Twitter. Also die Entrüstung ist groß und wenn ich das auch noch sehe, die fällen wieder Bäume, diese Waldorfschüler, was fällt denn eigentlich ein? Wir brauchen gerade jeden Baum, den wir kriegen können, sag mal. Ich war auch überrascht, dass das Waldorf gar nicht vom Wort Wald kommt. Ich dachte immer so, als ich noch selber in der Schule war, war es irgendwie eine Walddorfschule. Das heißt, es sind so Schulen, die halt so in kleineren Orten stehen und die halt sehr auf Wälder und auf Natur getrimmt sind. Aber das heißt so, weil der Erfinder Waldorf hieß. Wo ist denn dann das zweite D, Tino? Ich habe es doch nie geschrieben. Ich habe es nur gehört. Und mal Walddorf habe ich gedacht. Na gut. Das sollte mich irren. Während alle großen Firmen und so sich aus Russland zurückziehen, um ein klares Zeichen zu setzen, denken die ganzen Waschnussleute, um auch wieder im Fahrwasser von Markus Lanz zu schippern. Ja, da gehen wir doch mal hin und zeigen Flagge. Es ist schwierig. Mir fällt gerade auf, dass auch Pestalotz gar nicht von Pest kommt. Pestalotz die Schule. Ah, toll. Meine Welt bricht auseinander. Ich möchte zumindest sagen, dass ich den Gedanken verstehe und dass es ja richtig ist, dass die einzelne Waldorf-Mutti aus Russland jetzt nicht zu den Krieg kann und auch nicht irgendwie dafür bestraft werden muss. Aber es ist trotzdem. Also es gibt viele andere Ziele, die man hätte auch ansteuern können. Und es ist einfach zumindest etwas ungeschickt. Ja, nee, es ist nicht ungeschickt. Es war schon eine bewusste Provokation. Davon gehe ich sogar aus. Aber ich verstehe eben überhaupt nicht diesen Ansatz. Also ich verstehe schon den Satz zu sagen, dass die russische Oma, die russische Oma Aiona nichts dafür kann für den Krieg, aber trotzdem legitimierst du ja irgendwie was, wenn du da hinfährst. Weil aktuell ist es ja so, dass die Russen und Russinnen in ihrem Land kaum Touristen gerade sehen und auch langsam checken, dass sie isoliert werden, dass die Weltgemeinschaft irgendwie das Scheiße findet, was Russland gerade abliefert. Und wenn du da jetzt aber hinfährst als deutsche Schulklasse, dann denken die Menschen vielleicht ein bisschen mehr, ach okay, so schlimm kann es gar nicht sein, wenn du dort doch noch vereinzelt irgendwelche Menschen zu uns kommen und uns besuchen. Aber ich glaube, der richtige Weg ist, die echt zu isolieren, die Menschen dort und die Regierung. Siehst du, Tina? Habe ich jetzt Tina gesagt? Siehst du, Tina? Ist okay. Ich habe gleichzeitig gelesen. Aber siehst du, wie wir zu unterschiedlichen Schlüssen kommen aufgrund von unterschiedlichen Stereotypen, in denen wir denken? Auf der einen Seite bist du, der diese Gruppierung an Waldorfleuten vielleicht in die Nähe der Friedens- und Montagsdemos steckt. Und ich wiederum, also du kommst zu dem Schluss, bewusste Provokationen, ich wiederum habe ein Bild von die schielende Mutti in Sacklein, die irgendwie mit dem Tambourin daherkommt und es einfach nicht checkt. Das glaube ich nicht. Also da habe ich schon zu viele Einblicke bekommen in die Waldorfschule, auch in Weimar und so. Das glaube ich nicht. Das ist schon alles sehr politisch aufgeladen dort. Na gut. Und ich kenne jetzt ja auch meine Schulworkshops, die ich so gebe. Also Eltern sind schon sehr gut informiert. Ja, was heißt denn sehr gut informiert, Tino? Naja, die werden ja auch gecheckt haben, dass gerade Russland irgendwie scheiße ist, dahin zu fahren. Und wenn die jetzt bewusst, bewusst ohne die Schule einzubeziehen. Ich meine nur, es gibt einen Unterschied zwischen gut informiert und viel informiert. Ja, das ist auch richtig. Aber ich denke, ich glaube nicht, dass sie jetzt hingefahren sind mit Oh, es gibt einen Krieg? Das wusste ich gar nicht. Putin ist einmarschiert? Wusste ich gar nicht. So habe ich das nicht gemeint. Ne, ich, also ich unterstelle den Leuten schon eine Provokation und ein Statement, auch um den jungen Leuten zu zeigen, ey, alle sind gerade so gegen Russland und wir machen jetzt mal hier einfach die Gegenmeinung. Wir fahren jetzt einfach mal hin, machen und selber ein Bild davon. Richtige Hipster. Richtige Hipster. Also ganz, ich finde das schwierig. Aber anhand dieser Waldorf-Bilder habe ich jetzt erfolgreich einen anderen Fall gelöst, der die vergangene Woche die Welt in Atem gehalten hat. Der Sycamore Gap Tree wurde schändlicherweise abgesägt. Der Robin Hood Tree, kennst du ihn? Ah, ja, ja. Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, aber hätte ich jetzt von mir aus nicht erkannt den Baum. Ich habe aber dann einen Artikel gelesen und dachte mir, stimmt. Und ich habe den Film mal gesehen und Unbekannte haben den wohl einfach gefällt. Nicht mehr unbekannt. Das war definitiv eine Waldorf-Klassenfahrt auf Abwegen. Aus Weimar bestimmt, oder? Ich habe das Rätsel gelöst. Das passt doch perfekt ins Bild, wenn die andauernd hier irgendwie ihre Holzklangsteine aus irgendwelchen Bäumen rausschnitzen. Die wollten neue Holzschnecken daraus sägen. Ein ikonischer Baum, der einer der Top 10 fotografierten Bäume der Welt sein soll, weil der in so einem Mini-Tal steht und halt sehr fotogen ist, wurde einfach über Nacht abgesägt. Ja, schwierig, ne? Traurig. Also ich habe den Film als Kind sehr oft gesehen und gemocht. Und der Robin, der steht da nämlich am Anfang und sitzt, glaube ich, auch auf dem Baum. Und dann kommt nämlich der Morgen Freeman und dann treffen die sich da und das ist ganz schön. Ich würde gerne wissen, wem der Baum gehört. Ob die irgendwie klagen können dagegen oder ob es einfach nur so ein Naturding ist. Von wegen, ja, ist es halt ein Baum weniger. Na, jetzt gehört es auf jeden Fall dem, der ihn mitgenommen hat, weil ich glaube, der ist sogar verschwunden. Echt? Ach. Also ich habe ein Bild gesehen, da steht, glaube ich, kein Baum mehr und liegt halt auch keiner daneben. Also was ist damit passiert? Willst du so einen Baum einfach mitnehmen? Der war doch riesig. Na und? Vielleicht war es ein Riese. Ne, also ich sehe hier gerade ein Bild aus der FAZ, wie der Baum halt daneben liegt. Ah, da, okay. Ja, dann habe ich einen anderen Winkel gehabt oder weiß ich nicht, aber ich habe so ein Baumstumpf-Foto gehabt. Ja, ich sehe es jetzt. Ja, hier ist ein Baumstumpf und es ist irgendwie so abgesperrt. Das sind so ein paar Sicherheitskräfte und eine Person guckt sich den Baum gerade an, der liegt noch daneben. Aber die Frage ist, das ist ja wie irgendwie ein Vorzug des Verhalten gegenüber Reichen vom Gesetzgeber, ja. Die Frage ist, wird das jetzt richtig hart geahndet, weil es so ein ikonischer Baum ist oder ist das halt, ja, okay, es war halt ein fucking Baum, was soll man machen, weißt du? Und im Endeffekt ist es halt ein Scheißbaum. Es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie die letzte Generation gewesen ist oder so, die mal, die über die Farbeutel davor gehauen haben, bis es umgefallen ist, dann gäbe es einen riesigen Shitstorm, oh, ein großes, wichtiger Kultur, irgendwas, Kulturerbe und so. Ja, das weiß man ja nicht. Aber wenn Hakenkreuze dran geschmiert wären, dann wäre es glaube ich, ach ja, das ist doch nur ein Baum und ein Ausdruck. Du machst es gleich wieder so politisch, Tino, weißt du? Also das muss doch nicht sein. Ich bin zum Überspitzen hier. Ja, aber das ist mein Job. Verstehe doch mal meinen Punkt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, weil wir es beide nicht wissen, weil wir dumm sind schlecht informiert. Pegida-Leute kriegen ihre Infos auch von uns. Wir sind viel informierend, nicht gut informierend. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der nicht unter Naturschutz stand. Dann ist das halt einfach ein scheiß Baum. Aber das Heckmeck um den Baum ist natürlich viel größer, weil es halt ein ikonischer Baum war. You can't forgive that. Das ist ja klar, aber ich finde trotzdem, dass Bäume sinnlos fällen ist einfach uncool. Das sind wir uns einig. Der Fall der Woche. Der Fell der Woche. Der Fell. Es gab auch schon zwei Verdächtige, die festgenommen worden sind, von dem einer wieder freigelassen worden ist. Also es ist noch nicht ganz klar, wer es war, aber wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden verhalten. Vielleicht waren es beide mit so einer geilen langen Säge, wo immer so abwechselnd hü, ha, hü, ha. Das kenne ich von Mario Party. Das wäre gut möglich. Ja, ein Baum weniger auf der Welt. Das ist echt schade. Ich hoffe, stattdessen werden gerade eine Million pro gefällten Baum gepflanzt. Das ist ja eh so ein Plan. Wo ist denn eigentlich unsere grüne Mauer in Afrika? Was ist denn daraus geworden? Was für eine grüne Mauer? Das war doch irgendwie so ein Plan, dass wir in Afrika, um die Sahara so ein bisschen abzudämpfen, so einen Riesenwall aus Bäumen pflanzen oder so. Ne, das waren glaube ich nicht mal Bäume. Irgendwas anderes Grünes soll da hin. Vielleicht ein Teppich oder so. Ich sehe es gerade. Die Sahara breitet sich aus. Dem wollen die Länder der Sahelzone einen riesigen Riegel vorschieben. Bis 2030 sollen 10.000 Quadratkilometer mit Bäumen gepflanzt werden. Doch das Projekt tagt an einigen Stellen. Ne, das hätte ja jetzt vielleicht der Grundstein oder Grundbaum sein können, dass man diesen ikonischen Baum dorthin stellt. Und dann denken sich alle, oh, da müssen wir hin und da pflanzen wir selber Bäume. Das wäre echt ein guter Anreiz. Das wäre ein guter Anreiz. Stimmt. Was auch ein guter Anreiz war für Seven vs. Wild ist Amazon. Um jetzt mal auf die Pipi-Kacka-Themen zu kommen. Ja, ihr habt überhaupt nicht über Seven vs. Wild berichtet, oder? Was ich da geschickt habe, diesen Sexskandal. Das ist auch, glaube ich, weiß nicht. Wie gab es noch einen? Hattet ihr darüber geredet, dass der irgendwie die eine da so angegangen ist? Das habe ich nicht mitbekommen. Das hatten wir doch schon zusammen. Ne. Das ist doch schon ewig her. Ne. Das war jetzt eine neue Staffel. Ich bin da komplett nicht drin. Da war so ein großes Statement von Fritz Meinecke, dass da irgendwie... Ich habe das Statement halt auch nur die ersten zehn Minuten gesehen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte. Du könntest recht haben, das war am 2. September. Da habe ich das hier in mein Telegram reingemacht. Aber haben wir besprochen. Das ist das... Wie heißt denn der? Andreas Kieling, der renommierte Dokumentarfilmer, hat ja eine Frau ganz untriebig angefasst am Po, während sie wohl getanzt haben. Und daraufhin ist er dann rausgeflogen aus der Show. Na, die hat ihn mit ihrem Arsch seine Hand geschlagen. Das ist richtig gemein von ihr. Genau, ja, ja. Ne, wurde besprochen. Das haben wir besprochen. Okay, dann habe ich das irgendwie vercheckt. Das war auf jeden Fall der größte virale Hitch hier schon wieder auf Fritz Meiniges Kanal. Das hat richtig Leben in die Bude gebracht. Alles andere bei ihm ist so um 150.000 Klicks und das hat 2,6 Millionen. Holy shit. Das ist krass. Und es war wohl auch so, dass die dritte Staffel ja, also auf der Kippe stand, dass man nicht wusste, ob man die durchsetzen kann oder produzieren kann. Aber jetzt ist Amazon wohl als große Sponsor eingetreten und wird jetzt das das finanzieren und durchziehen. Und deswegen wird wir auf Seven vs. Wild zuerst bei Amazon laufen, danach erst bei YouTube. Ja, es gibt auf jeden Fall einen offiziellen Trailer jetzt. Habe ich mir nicht angeguckt. Kam vor zwei Tagen raus. Weil ich nicht dabei bin, ist halt scheiße. Aber das ist ja eh Kindergarten. Weißt du, ich war 30 Tage obdachlos und die hier, was ist das? Zwei Wochen zu zweit. Das ist ja nichts. Platz 1 auf dem Trend. Aber in der Wildnis, ne? Ja, Wildnis, Schmildnis, das ist scheiße. Ich gucke es mir jetzt mal ohne Ton an währenddessen und du wolltest ja eigentlich was ganz anderes erzählen. Du hast nur Seven vs. Wild erwähnt. Ja, ich habe gesagt, es ist Amazon jetzt einspringend und es finanziert und es wird nicht bei YouTube laufen vorerst. Also erst bei Amazon und danach bei YouTube. Was ich ganz spannend finde, weil es ja immer so ein YouTube-Format war, ne? Aber jetzt aufgrund der Finanzierung muss der jetzt umschwenken und es soll wohl im November, Dezember ausgestrahlt werden. Ei, ei, ei. Da fließt die dicke Kohle, ich sag's dir. Oh, dieser Sascha Huber ist wieder dabei, Mann. Und Knossi ist auch wieder dabei. Ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Den gehen die Leute aus. Weißt du, Hauptsache mich nicht nehmen, aber immer die gleichen Larven. Toll, ey. Wo sind denn die Menschen hier? Also ich kenne jetzt optisch auch nur drei Leute. Einmal Fritz Weinicke selber, dann Knossi und hier Papa Platte. Die kenne ich. Den anderen habe ich noch verarscht, aber mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt. Den habe ich schon zweimal verarscht. Einmal TwitchCon, einmal Gamescom. Äh, keine Ahnung. Es sind doch nur zwei Frauen dabei, wie ich gerade sehe. Das ist ganz schlecht. Wenn Leute leiden, will ich, dass möglichst viele Frauen dabei sind. Ja, ist so. Ich werde es mir halt nicht angucken. Also es ist halt für mich nicht so spannend. Ich werde im Stream bestimmt mal in Folge 1 reingucken, wenn die dann draußen ist. Aber wenn die halt auch wieder, also wenn die anderthalb Stunden wieder lang sind, habe ich da echt keinen Bock drauf. Das war echt zu krass. Da. Aber ab dem 29.11. auf YouTube heißt es hier. Ich kenne noch jemanden, das ist nicht Joey Kelly, der eine. Ja, sehr gut möglich. Der ist, glaube ich, eingesprungen für den, der rausgeflogen ist. Ja. Ah, stimmt. Der ist von Andreas Kieling eingesprungen. Der übrigens überhaupt nichts bereut. Also der halt überhaupt nicht verstehen kann, was da los war. Das muss ein ziemlich geiler Arsch gewesen sein. Ja, er, ja. Andreas Kieling schon. Na, wenn er nichts bereut. Ach so. Nee, er versteht es einfach nicht, dass er etwas falsch gemacht haben könnte. Naja. Na gut. Joey Kelly ist cool. Wer auf jeden Fall etwas falsch gemacht hat, laut Jan Böhmermann, ist eine Gruppe Polizisten. Was ist denn da los? Oh, das ist echt ein Riesenthema, Alter. Wir müssen es gar nicht so krass ausweiten. Ich könnte euch echt nur empfehlen, guckt euch die Böhmermann-Videos an zu den, äh, wie heißt es, Idioten-Chat, mit T, Idioten-Chat. Oder sowas, genau. Es gab ja schon vor längeren immer mal wieder so Fälle, wo irgendwelche Polizei-Chats aufgeflogen sind mit rechtsradikalen Inhalten, so wie die dann so als Satire abgestempelt worden sind. Da gab es irgendwie auch keine Konsequenzen so richtig für die Leute, die da irgendwelche Hitler-Bilder und Leichenschändungsbilder und so und Vergewaltigungsfantasien gepostet haben. Vergewaltigungsfantasien, ja, ja. Doch, die gab es, die gab es, komm. Ja, ja. Ich tue mich damit schwer und ich bin auch mit der einen oder anderen Person angeeckt, als ich da kurz Statement zugesagt habe. Also, beziehungsweise, Moment, ich muss ganz vorneweg sagen, es ist natürlich richtig schwierig, dass eine Gruppe Polizisten dies getan hat, ja. Aber zu sagen... Es ist egal, wer das war. Ich finde diese Memes da, also ein Bild von der ohnmächtigen Frau, die da irgendwie drüber steht, was willst du denn mit ihr machen? Da schreiben alle drunter Rape, Rape, Raper, Raper. Und dann der Polizist dann so, ha, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Das ist eine Vergewaltigungsfantasie, aber hochzuziehen. Ja, okay, ich habe, an das habe ich gerade nicht gedacht, sondern irgendwas war mit einer Leiche oder so. Und dann hat einer geschrieben, los, beeil dich, solange sie noch warm ist oder so. Und das ist... Also, so ein Spruch ist für mich in keiner Welt ernst gemeint. Also, klar, gibt es auch Leute, die so ticken. Definitiv. Aber, ne, weißt du, was ich meine? Und ausgeklammert, dass das Polizisten sind, habe ich da jetzt schon ein gewisses Verständnis. Nicht desto trotz... Nicht desto letzt auch, weil ich selber bestimmt das eine oder andere Bild in diese Richtung schon geteilt habe. Oder vielleicht früher mehr als heute. Aber, ähm, ja. Es ist... Ja, du kannst aber nicht... Es macht ja auch die Masse ein bisschen aus. Ich meine, er hat ja auch unter idiotentreff oder so.de, weiß ich nicht, wie die Domain gerade heißt, hat er ja auch den ganzen Chat veröffentlicht, so anonymisiert und so, und auch die krassen Bilder zensiert. Aber die Masse an diesen ganzen Hitler-Verehrungen und Vergewaltigungsfantasien, das ist schon sehr, sehr viel. Dass es gefühlt nur darum ging in der Gruppe, ist natürlich auch schwierig, ja. Und dass es Polizisten sind, da gehe ich alles mit. Ich will auch gar nicht, dass das jetzt jeder falsch rüberkommt, weil ich da so von 0 auf 100 jetzt in eine Verteidigung reingeprescht bin. Was mir halt wichtig ist und was in diesem Beitrag nicht rüberkommt, nicht alle Leute, die solche Bilder teilen, sind gleich irgendwelche krassen Rechtsextremen oder so. Das ist halt schwierig. Du musst dir schon eine gewisse Kritik auf jeden Fall gefallen lassen, wenn du solche Bilder teilst und keine solchen komischen Polizeichats. Ist halt noch viel, viel schwieriger, ne? Aber wie gesagt, Alter, also Basti zum Beispiel hat ja einen Tag nach Hitler Geburtstag und so, weißt du? Und das war auch früher immer so ein Gagding und ich war immer der größte Punk in der Schule, aber trotzdem dieses, ja, heute feiern wir richtig, morgen hat nur Basti Geburtstag und so scheiß Sprüche, ja. Ich bin der Letzte, der Hitler verehrt. Aber das sind halt Dinge, die dann gesagt wurden. So, und ich bin mir sicher, dass das viele so handhaben, weil es halt einfach, ne, verbotene Früchte schmecken am besten, der Tabubruch ist immer witzig und so und dann heißt es nicht, dass man wirklich Hitler verehrt, weil man mal sagt, aha, der hat heute Geburtstag, los, wir stoßen an. Ja, um die geht es aber nicht, ne, um diese wenigen Menschen oder um die Menschen, die das so irgendwie in der, die das jetzt ganz privat machen und mal machen, das ist ja voll okay, aber hier geht es ja wirklich konzentriert so um diesen Polizeichat. Das war eigentlich das Einzige, ne? Es kam ja noch ein zweiter Teil raus, den habe ich gerade noch beim Frühstück gesungen. Achso, ich noch nicht. Dass die gleiche Polizeiwache und die gleiche Gruppe wohl auch in diesen NSU 2.0 Fall verstrickt sein könnte, dass von den Rechnern dieser Einheit private Daten von irgendwelchen Anwälten abgerufen worden sind und sich die Cops gegenseitig gedeckt haben mit Alibi, Verfälschungen und so weiter und das ist schon alles sehr, sehr sass und du kannst schon davon ausgehen, dass diese Frankfurter Polizei, diese Polizeistelle zumindest, Nummer 1, glaube ich, ist das, dass die halt ganz, ganz hart im rechten Sumpf abgerutscht sind und sich da gegenseitig decken und auch diese sogenannten unabhängigen Ermittler, die da eingesetzt worden sind, die auch dann aus Frankfurt kommen, das ist alles so krass shady und so ekelhaft. Oder guckt euch die beiden Videos an. Das ist auf jeden Fall richtig ernüchternd und traurig, dass man halt der Polizei so gar nicht vertrauen kann und ich hätte echt überhaupt keinen Bock, wenn ich jetzt irgendwie Frankfurt leben würde, hätte ich jetzt erst recht keinen Bock irgendwie mich, um da mit der Polizei zu solidarisieren oder irgendwie mich Ja, solidarisiert nicht, aber gleich zu sagen, die ganze Polizei ist halt auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen. Also es war ein Chat von vier Leuten oder sowas oder wie viele waren da? Es waren mehr. Ja? Also da stand, glaube ich, immer nur Polizisten Polizist 1, Polizist 2 bis 4 habe ich, glaube ich, gelesen, aber ich will es jetzt auch gar nicht zu runterreden. Ich habe natürlich in mir immer diesen Reflex, um erst mal Contra zu geben, aber ich möchte trotzdem festhalten, dass es natürlich schwierig ist, dass es A, in dem Chat fast nur darum ging und B, natürlich, dass Polizisten sind, was einfach ein bisschen schwierig ist. Ich habe noch parallel andere Leute dazu, ich kenne halt jemanden, der Arzt ist und der sagt dann halt auch, die haben so einen Chat unter Ärzten und dass da der härteste Scheiß geteilt wird, einfach um, also nicht jetzt irgendwie recht ist, sondern halt so, auch so Gags aufgrund von irgendwie Krankheitsbildern oder sonst was, aber dass du das quasi in dem Berufsfeld einfach brauchst, um eine gewisse Distanz zu dem ganzen Leid aufzubauen, was du jeden Tag siehst. Und da habe ich halt auch Verständnis für, weißt du? Ja, ich sehe gerade hier idiotentreff.chat quasi ist die Domain, ihr könntet nur selbst reingucken. Ich sehe gerade auch nur von vier Leuten Chat-Nachrichten, aber ich dachte, es war ein bisschen mehr, weil hier ist noch Polizist Johannes S., Polizist 1 und Polizist 4. Ist nicht ganz ersichtlich, wie viele das jetzt gerade sind, keine Ahnung. Ja, also den zweiten Teil muss ich noch sehen, dann kann ich da vielleicht mehr dazu sagen, aber es ist wirklich heute schon wieder sehr politiklastig, habe ich das Gefühl. Ja, es wird auch nicht ganz ohne gehen, ich habe auch noch ein paar Themen, die wir anreißen müssen. Ich habe noch einen, ich wünschte, das ploppt ja gerade auf, ich wünschte, ich hätte das gesehen, dunkler Parabelritter, der bieft sich mit Steuerung F. Da ist bestimmt ein bisschen Larifarige Seier zu holen und wir holen hier nur die schweren Themen heute raus, sorry. Und das beim offiziellen Comeback-Tag. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch so ein bisschen unsere Bubble, oder meine zumindest, es ist ja auch sehr in dieser politischen Bubble verortet und so. Meine Bubble betet halt Hitler an, das ist das Problem. Ja, siehste, die beiden Sachen bringen wir hier irgendwie zusammen und deswegen bin ich jetzt nicht ganz so krass diesen viralen Themen, außer halt die viralen Themen, was irgendwelche Faschos angeht, was politische Themen angeht, da bin ich halt ein bisschen mehr drin. Ich hätte auch noch zwei Themen, die sind nicht politisch und zwei Themen, die politisch sind, die können wir gerne noch kurz abhaken. Ja, hau erst mal raus. Ich fange an mit dem großen AfD-Thema, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Alice Weidel und Chrupalla stehen gerade sehr in der Ich meinte, hau raus, hau die nicht politischen raus, aber ist okay. Achso, ich drehe es rum und zwar, wir haben einen neuen King of Memes. Ja, wer denn? Nämlich Kevin James. Ach, guck doch mal, so ein Lieber, den mag ich. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber auf einmal mache ich irgendwie meine Instagram und so weiter auf und Facebook und sehe nur noch Bilder von Kevin James, wie er so ganz unschuldig in die Kamera guckt und dann kommen irgendwelche Meme-Sprüche drunter so. Okay, aber ich habe noch nicht ganz durchgestiegen, was da jetzt der Witz dran ist. Das klingt so ein bisschen, als wäre das deine Bubble, weil ich habe davon nichts mitbekommen. Ne, es war gerade überall, es gibt sogar Artikel darüber, die halt sagen, auf einmal ploppt hier Kevin James auf. The Kevin James Meme is way out of control, schreibt Esquire.com Ja, also ganz viel, es ist gerade ein neues Template. Ja, 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 es gibt ein Bild, also es ist immer das gleiche Bild, es sind nicht verschiedene Bilder von ihm. Genau. Me leaving the pot in the sink because it needs to soak. Ja, okay, I see. Ja, finde ich gut, wenn die, me after hitting no tip and turning the tablet back around und so. Wenn die, wenn die Show ein kleines Revival feiert, Arthur Spooner nach wie vor die beste Figur in der Serie aller Zeiten, wenn ihr mich fragt, zumindest in einer in einer humoristischen Serie. Großartig. Ja, auf jeden Fall gut. Ich habe die auch sehr gerne geschaut. Ich weiß gar nicht, jetzt rückblickend, ob die immer noch gut ist, aber ich habe die sehr gerne gesehen und mochte auch Arthur Spooner, also unglaublich. Man muss halt natürlich auf den Love-Track klarkommen, der ein bisschen veraltetes Medium einfach ist, aber ansonsten ist das, finde ich, gut gealtert. Das geht schon. Ja, das ist echt anstrengend. Also wenn ich darauf achte und es mir auffällt, dann hasse ich dann die Serie, wenn da so Lacher sind. So, Tino, jetzt mal ganz kurz einen harten Cut. Randy Orton hat jemand bezahlt und zwar 1000 Dollar, damit er seinen Elden Ring Charakter hochlevelt. Uh, echt krass. Das habe ich hier nur mit reingenommen, weil Wrestling. Eine Wrestling News an der Randy Orton. Mal ganz kurz gucken. Würdest du jemandem 1000 Dollar geben, damit er deinen City Skylines hochzieht? Wahrscheinlich nicht. Habe ich gar nicht nötig, ehrlich gesagt. WWE Superstar hat keine Lust auf Farmen. Außer bezahlt er halt dafür jemanden. Witzig. Aber es ist auch was Schlechtes, wenn man das macht. Es ist halt peinlich, aber es ist okay. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man Elden Ring zockt, um halt da zu scheitern und dann besser zu werden. Aber okay. Ich werde gerne wissen, wen er bezahlt hat. Ob er irgendwie Undertaker jetzt bezahlt hat. Wahrscheinlich. oder Vince McMahon. Hm. Sehe ich gerade nicht. Owen Hart soll gerade Zeit haben. Der war das vielleicht. Owen Hart, der ist abgestürzt. Der Nobelpreis ging an irgendjemanden, der mRNA-Covid-Vakzine entwickelt hat. Keine Ahnung, frage mich nicht, wie die Gruppe an die Leute heißen. Und was ich persönlich sehr witzig fand, in Paris gibt es gerade eine Plage und zwar an blutsaugenden Bettbugs, also irgendwie so Bettwanzen. Bettwanzen, genau. Die aber nicht in Betten sind, sondern in den Zügen und in den Kinos. Und das kurz bevor die Olympischen Spiele 2024 dort ausgefochten werden. Das heißt, die werden alle infiziert, die Sportler. Freue ich mich drauf. Die haben sich weiterentwickelt, die Bettwanzen. Die sind jetzt irgendwie U-Bahn-Wanzen geworden und so in Stadtwanzen. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr witzige Meldung. Ansonsten... Aber sind die gefährlich? Ich glaube nicht, oder? Naja, aber die saugen halt Blut, ne? Naja, machen Mücken ja auch. Des Weiteren nochmal eine kleine Hiobsbotschaft. Mehr als 100 Delfine sind tot gefunden worden im Amazon, weil das Wasser so heiß geworden ist. Oh, shit, Alter. Ja, und zwar sind es 38, fast 39 Grad, 102 Grad Fahrenheit. Und das überleben die Delfine auf Dauer nicht. Das heißt, wir sollten vielleicht mal irgendwie so eine Sache gegen das Klima machen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat jemand... Oh, warte, da kommt gerade was rein. Eine Meldung aus Japan. Da war ich ja vor kurzem. Der neue Umweltminister von Japan sagt, dass Umweltschutz sexy sein soll und spaßig. Und da bin ich sofort dabei. Ich erinnere mich hierbei an die Bratwurst-Impfung. Der Mülltrennen kriegt die Bratwurst. Genau das. Also vielleicht, naja, vielleicht bei Klimawandel hilft das mit der Bratwurst vielleicht nicht unbedingt oder eine vegane Bratwurst. Aber so ein Bier, weißt du, Mülltrennen führt zu Bier aus Schank, das ist doch sexy. Aber ich muss auch sagen, wenn Klimaschutz ein bisschen sexy wäre, würde man einen schönen kurzen Rock anziehen, sich mal schminken oder so, dann wäre ich auch viel mehr dafür. Aber so habe ich gar keinen Bock drauf. Jeder, der sich einen Monat lang vegan ernährt, darf den Arsch von dieser Eiden anfassen, die von Sam vs. Wald. Nee, schwierig. Nee, nee. Nee, nee. Aber so ein Bier würde ich auch ausschenken. Weißt du, also man muss auch manchmal Opfer bringen. Ich würde meinen Arsch anfassen lassen, um das Klima zu retten. Ja, dann kannst du auch deinen Arsch anbieten. Mach ich. Also Leute, meldet euch bei mir, aber bitte mit, also habt dokumentiert, wie ihr euer Müll trennt und euch vegan ernährt und all diese Dinge tut. und Privatjets orange ansprüht. Und noch eine YouTube-Meldung und zwar ist YouTube gerade dabei, Videos automatisch zu übersetzen. Das gibt es ja auch schon, dass man das irgendwie YouTube automatisch so Subtitles generieren kann und so. Aber seit Neuestem, wenn man auch jetzt Computerstimmen und KIs drüber laufen lassen, dass halt Videos automatisch in deiner Sprache übersetzt werden. Das nutzen wohl auch schon manche YouTuber und die einen nutzen halt so eigene SynchronsprecherInnen, die dann irgendwie drüber sprechen, aber manche eben auch diese KI. Was der große Kritikpunkt sein soll ist, dass es wohl erstens irgendwie doof klingt durch die PC-Stimme noch oder es ist wohl auch manchmal automatisch passiert, dass du eigentlich irgendwie als Deutscher jemand auf Englisch gucken willst, das aber automatisch auf Deutsch startet, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Das ist so ein Kritikpunkt und das Gute ist, ab 2024 soll dieses Tool, welches sich A-Loud nennt, also A und Laut, soll für alle kostenlos zur Verfügung stehen ab 2024. Ja, das ist dann quasi für alle Allowed zu nutzen. So ist es. Cool. Was auch Allowed ist, ist, dass verschiedene Länder in 2030 die Fußball-WM hosten dürfen, in Anführungsstrichen. Da hat nämlich, wie hieß er, Tarantino, wie heißt der Typ? Tarantula, ihr wisst, wen ich meine von der FIFA. Ja, die Spinne, ja. Tinko Lunco, Tinko Ranacher, der heißt es, glaube ich, der hat dann nämlich einen cleveren Schachzug gemacht und zwar die WM 2030 wird in Paraguay, Uruguay, Argentinien, Portugal, Spanien und Marokko stattfinden. Geografie-Asse werden mitbekommen haben, ach du Scheiße, das ist ja über drei Kontinente verteilt, das ist ja der absolute Wahnsinn, wie toll wir da mit dem Flieger sinnlos in den Herr fliegen können, nur um die Sportler irgendwie zu transportieren und das alles nur, Tino, damit es 2034 keine weiteren Anwerber gibt für die WM, die Saudi-Arabien dann haben möchte. Denn es gibt eine Regel bei der FIFA, wer quasi Austragungsland war, darf das, die folgende WM nicht sich wieder bewerben und da sind jetzt quasi die drei Kontinente mit einmal abgegrast, so bleibt nur Asien übrig und da zählt Saudi-Arabien offiziell dazu und dann darf diese lupenreine Demokratie auch endlich mal die WM für uns alle austragen. Schön. Das ist so krank, also das ist so krank. Ich habe irgendeinen Trainer oder so gelesen, der gesagt haben soll, dass es immer verrückter wird und irgendwann werden wir die WM auf Mount Everest stattfinden lassen, einfach nur, weil es cool ist. Ich weiß nicht, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn irgendwie der Schiedsrichter Scheiße baut, dann kommt einfach der Kronprinz von Saudi-Arabien und nimmt den Fußball mit in seine Botschaft und zerstückelt den in mehrere Teile. Ja, das kann passieren, ja. Das ist ja dann quasi fair oder so. Gut, was überhaupt nicht fair war, ich muss es noch abhandeln und zwar Beatrix von Storch wurde auch zum Meme-Template neben Kevin James, nur nicht ganz so sympathisch. Beatrix von Storch hat auf, war es Twitter oder Facebook, weiß ich gar nicht, Twitter gepostet, ein Selfie von sich, wie sie eine Kappe trägt mit Make Germany Great Again und halt vor einem ICE-Zug, der eine Regenbogenfahne hat und sie schrieb dazu, die Bahn kann wirklich nur noch Woke. 25 Minuten verschwindete Abfahrt, nach drei Minuten Fahrt Durchsage, wir müssen nach dem nächsten halt noch eine Durchdrehfahrt machen, zusätzlich 15 Minuten. Wir ganz Deutschland, nichts mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü möchte ich viel Regenbogenhaltung zeigen. Und da hat die Bahn darauf geantwortet, hat quasi das Bild gefotoshopt, hat sie in die Wüste gefotoshopt und dazu geschrieben, wir freuen uns, dass sie ihr Ziel trotzdem erreicht haben, die Rückfahrt fällt leider aus. Darunter halt Beatrice von Storch in der Wüste, fand ich ganz witzig. Ja, ist auch wieder so eine Sache, da habe ich ja auch wieder direkt so einen Kontraimpuls, wenn ich mir vorstelle, dass die Bahn das mit irgendeiner Baerbock oder so macht, wäre halt gleich irgendwie wieder ein bisschen schwierig, finde ich. Nee, es kommt auch immer drauf an, was denn der Ursprungspost war. Natürlich, natürlich. Ich meine, das ist eine Reaktion. Das ist mir alles bewusst trotzdem rein vom Gedanken. Weißt du, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Das finde ich hier nicht, weil da geht es ja echt um diesen Shitpost von Storch. Wenn das jetzt wie Baerbock oder Haber geschrieben haben, so einen Schwachsinn, hätte die Bahn wahrscheinlich genauso reagiert. Jetzt machen die ja auch. Die gucken ja nicht, jetzt wer das schreibt, sondern was sie schreiben. War das eigentlich wirklich Bahn oder war das Cargo? Weil eigentlich ist ja Cargo immer die, die so Shitposten auf Twitter. Nee, es war DB Presse heißt das, also Deutsche Bahn. Ja, ist witzig. Ich habe ja ganz viel Kritik von irgendwelchen AfD-Fans von wegen, ja, die wollen von Storch entsorgen in der Wüste mit politisch, äh, Boah, ey, haltet euren Maul. Echt, ey, das ist alles so dumm. Die ganze Zeit hier mit Dog Whistles, die an Trompeten dran befestigt sind, um sich schmeißen und dann, oh, da ist ein Wüstenbild, die wollen uns irgendwie alle ausrotten oder was. Haltet euren Maul. Echt. Und noch ganz zum Schluss eine Sache, die ich eigentlich viel mehr ausholen müsste. Ich werde sie ganz kurz halten und beim nächsten Mal nachreichen, weil die Lage noch nicht ganz klar ist. Nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Alice Weidel wurde angeblich, also wurde wohl bedroht mit ihrem Leben und es gab irgendwie, ähm, Alice, Hinweise, ich werde hier dein Leben, ist egal, mit ihrem Leben bedroht, das tut mir leid, das klang einfach witzig. Es gab irgendwie wohl Hinweise auf einen Anschlag, auf sie und ihre Familie in der Schweiz, daraufhin musste sie in ein Safe House, wo sie quasi unterkommen kann und hat wohl dann daraufhin auch Auftritt abgesagt, zum Tag der Deutschen Einheit, hat sich nur zuschalten lassen und dann wurde halt groß behauptet, Weidel wurde irgendwie bedroht und kann jetzt nicht da sein, äh, weil sie sich verstecken muss vor ihren Angreifern, was aber nicht ganz stimmt, denn es gab wohl irgendwie eine Gefahrenlage, äh, in ihrem Heimatort, in der Schweiz, das stimmt schon, aber Weidel ist gerade nicht in einem Safe House, sondern sie ist gerade im Urlaub und, äh, in, äh, auf Mallorca. Aha. Und es sind, es sind gerade zufällig Herbstferien in der Schweiz, also ihre Kinder haben gerade Ferien, aber verkauft es gerade so, als müssen sie sich, sich verstecken und könnte deswegen nicht, äh, am Tag der Deutschen Einheit teilnehmen. Dabei war sie eigentlich nur auf Mallorca. Das ist gerade so ein, so ein, äh, ein Verwirrnis, weil die Lage nicht ganz klar ist, ob es halt wirklich, wirklich irgendwie eine Gefahrenlage gab oder auch nicht, aber es ist vor auch schon zwei Wochen her, wo es diese Gefahrenlage gab, es müsste gar nicht mehr in einem Safe House sein. Das war ein Missverständnis, dass sie war an einem schwarzen Brett und da sollte es einen Anschlag geben, an diesem Brett. Ja, wahrscheinlich. Und die Polizei konnte jedenfalls nicht, äh, bestätigen, dass es da eine Gefahrenlage gab und zweitens, äh, Chrupalla hatte einen, einen, äh, Auftritt zum Tag der Deutschen Einheit und wurde wohl auf einmal irgendwie, ist wohl zusammengesackt, so ein bisschen, wurde ins Krankenhaus gebracht und es gab ganz große Schlagzeilen der AfD selber, es gab einen Anschlag auf ihn und so, er ist auf der Intensivstation, ihm geht's ganz schlecht. Bei Bukake-Partys werden Frauen auch gerne mal zusammengesackt. Sorry. Ist, ist, ist okay. Alice Weidel wurde zusammen, ist zusammengesackt worden. Egal. Hier war's ja, hier war's ja Chrupalla. Also, ja. Der hat, der hat gesackt, okay. Hat es sacken lassen. Ja, okay. Und, ähm, aber von der Polizei aus gab's überhaupt kein Anzeichen eines Angriffs, es gibt keine Spuren bei, bei Chrupalla und so und auch keine, äh, kein, kein Check vom, oder keine Genehmigung von Bestätigung vom Krankenhaus, dass da irgendwas gewesen ist. Also, alles sehr shady. Also, er behauptet gerade, dass er angegriffen worden wäre, aber es gibt noch keine Spuren und noch keine Beweise. Alles gerade sehr schwierig und, äh, ich werde zum nächsten Mal nachholen und gucken, ob sich dann die Lage ein bisschen geordnet hat, sag ich mal. Okay, das finde ich schön, dass du da live aus dem Schützen Graben an der Sache dran bleibst, um immer up-to-date zu sein für unsere Zuhörer. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, die AfD gerade sehr shady, man weiß nicht, was da gerade los ist und er verfolgt einfach die Nachrichten, das ist gerade sehr lustig, weil ständig gibt es irgendwie neue Turns in der Geschichte und irgendwelche Sachen, die aufgeflogen sind, die gar nicht stimmen, die die beiden erzählt haben. Ist gerade sehr unterhaltsam. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass das Chrupalla und Weidel wirklich bedroht werden oder angegriffen werden. Das ist natürlich nicht demokratisch. Wir müssen die AfD mit Seifenblasen und Diskussionen stellen. Okay, cool. Ja. Ne, Tino, es war mir ein Fest mit dir hier, wieder mal schön eine Stunde ein abzuwälzen. Ich freue mich noch mehr, wenn wir das mal wieder in person machen, vielleicht ja nächste Woche direkt. Da schlägt ihr das Herz direkt ein paar Takte schneller. Leute. Und ich habe, also die Wochenbewertung finde ich jetzt sehr, sehr schwierig, weil, also ich finde schon, dass viel passiert ist. Ich finde jetzt dieses King of Memes war wie das etwas, was bei mir zumindest sehr viel aufgetaucht ist. Also ein neues, großes Meme, was aufgetaucht ist. Dann fand ich, wie gesagt, diese AfD-Geschichten sehr interessant, dass da gerade sehr viel Wirbel war um die beiden Personen. Aber ich weiß nicht, ob das für eine über eine 5 reicht. Was sagst du denn? Ich finde, eine 5 klingt sehr, sehr gut. Ich gucke mir gerade hier, ich gucke mir gerade hier noch so ein paar Memes von Kevin James an und ich hoffe wirklich, dass diese Serie so ein zweites Coming hat und die Leute richtig drauf abgehen und das mal wieder nachholen. Weil, wenn man jetzt quasi einmal dieses Gesicht-Meme hat, da gibt es ja tausend Stills aus der Serie, die man verwenden kann. Ist schon sehr, sehr gut. Also eine 5, ja? Ja. Ja, naja, dieses Israel-Ding ist eigentlich auch groß, ne? Also, eigentlich sollte man auf eine 6 gehen schon. Lass es mir eine 6 geben. Ich habe, wie gesagt, keine Übersicht über die Lage gerade in Israel und ich weiß gar nicht, was da sogar passiert ist. Ich kann es dir einordnen. Die Lage ist nicht gut. Okay. Ist auf jeden Fall scheiße und doof und so und Menschen sollen nicht sterben. Kommt mal klar und verhandelt und seid lieb zueinander. Cool. Hast du Songs für die, hast du einen Song für die Playlist? Hast du was aus Japan mitgenommen? Ja, und ich mache Marlinda mit jetzt glücklich und zwar gib mal ein Puffy P-U-F-F Hast du? Ja. Ami oder Amy halt. Yumi müsste man was finden und dann darfst Puffy Amy Du darfst ja aber das Lied dazu aussuchen, oder? Also ich hätte auch eins, aber ich dachte, es wäre witzig, wenn du nach Namen aussuchst. Ich hätte sonst eins im Angebot, wie es dir lieber ist. Na, ich, also ich habe hier gerade nur Schlusszeichen vor mir. Ich weiß gar nicht, wie wir gesprochen werden. Ja. Ähm, ich nehme jetzt mal einfach den zweitbeliebtesten Song Das ist vielleicht sogar der. Es gibt einen, den hat mir Marlinda auch geschickt, der klingt sehr nach Electric Light Orchestra. Fängt der mit so einem schrägen A an? Also für dich sieht es vielleicht eher aus wie ein T. Ein T und dann ein Smiley und dann noch mal so ein T und dann Nee. Egal. Nimm welche du denn bist. Okay. Aber könnt ihr euch mal anschauen. Das ist guter Shit. Ach, du hast mir gerade geschickt, warte. Du musst dich. Du kannst auch den nehmen, den du da. Doch. Doch, ich habe den gefunden mit dem Smiley. Na gut. Der kommt rein in die Playlist. Klingt wie asiatisches Electric Light Orchestra. Zumindest in diesem Song. Die sind sehr abwechslungsreich. Ja. Und ich, und ich habe einen Song in die Playlist gepackt, der meine heutige Stimmung beschreibt. Robin ist zurück in Deutschland. Wir haben wieder Podcast aufgenommen. Deswegen kommt jetzt von Hermann van Wehen der Song Warum bin ich so fröhlich? Welcher auch für Alfred Quack als Intro diente, aber nicht in der Version, denn in der Version für Alfred Quack singt er quasi die Ente selber. Warum bin ich so fröhlich? Es gibt auch eine Version, wo nur der Komponist selber singt und die ist wunderschön. Dann freuen wir uns doch alle. Cool. Ja. Dann haben wir es geschafft. Schön, Leute, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das freut mich sehr und schön, dass ihr noch am Start seid. Küsse gehen raus. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis nächste Woche. Die Musik ist so laut und endlich wieder original und nicht von Herr Rodes. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020